Da war gerade der Stream weg. Da war mein Internet kurz weg. Könnte sein, dass ihr ihn neu laden müsst. Aber es müsste jetzt eigentlich wieder gehen. Es sollte wieder funktionieren. Natürlich spreche ich deinen Namen richtig aus, Linken. Klar, was denkst du denn? Linken 3DS, Mann. Ist ja nicht so schwer. So, wir probieren jetzt mal. Generator... Er hat Metallteile dabei verloren, aber das ist okay. Metallteile kann er dabei gerne verlieren. Das ist okay. So, sonst zur Not einfach mal reloaden. Könnte immer noch nichts zu essen herstellen. Das ist scheiße. Chemikalien können wir herstellen. Klebeband und Stock. Schlüsselkartenrekorder. Klinge, Klinge. Zahnräder. Brauche ich Kabel und Metallteile. Okay. Wir essen mal den Kaffee. Überreifer Apfel ist natürlich mega scheiße. Aber wir haben keinen Alkohol. Sonst können wir uns hier einen Cocktail herstellen. Der bringt aber auch... Guck mal, das bringt 7, das bringt 10 und das bringt zusammen 18. Ob sich das so lohnt, ist die Frage. Was will ich mit dem Mutantenblut machen? Keine Ahnung. Das verstehe ich nicht. Wir essen nochmal den Fisch. Und gehen mal ein bisschen schlafen. Ein Vogel für den Gang zu singen, als ich mich schlafen legte. Sein Lied war traurig, aber es spendete mir dennoch Trost. Ich habe besser geschlafen als sonst. Keine Albträume, keine erdrückenden Sorgen. Das ist schön. Das freut mich. Wir können bis 93 runterfahren. Mal gucken, dass wir hier die anderen Sachen ans Laufen kriegen. Draht erledigt. Aber er hat einen Ziegestein. Eigentlich hätte er Draht gebraucht, aber er nimmt einen Ziegestein. Das geht natürlich auch. Ist gar kein Problem. Wir essen mal lecker Brot. Lecker Brot und Pilze. Brot mit Pilzen kann man mal essen. Hier ist der nächste kaputte Generator. Hat geklappt. Mühe hat sich gelohnt. Sehr gut. Ein Fisch. Wir haben einfach mal den Goldfisch aus dem Glas genommen. Wir haben jetzt einen Goldfisch dabei, den wir lecker, lecker verspeisen können. Ein Stock. Metallteile. Ein Verbandskasten. Super. Super, super, super. Das läuft schon besser als in der ersten Runde. Ist das er? Ne, das ist ein neuer. Okay. Da rennt der schon wieder weg. Aber nicht hier rein, obwohl es so aussah. Ein Rohr. Ein Küchenmesser. Ich weiß nicht, ob man irgendwie die Sachen auch wiederverwerten kann. Das ist bei dir manchmal mit Unterbrechung. Also im Moment habe ich eigentlich keine Probleme. Es kann sein, dass ich gerade mein 24 Stunden Disconnect hatte. Aber jetzt müsste der Stream eigentlich wieder wunderbar laufen. Sollte er zumindest. Kleber. Ich werde meine Rache bekommen. Vielleicht will ich da was essen. Dann läuft der noch weg. Scheiße. Metallteile leer. Kaffeebohnen. Okay, wir müssen dringend was essen. Ich würde sagen, wir nehmen das nächste Brot. Und die Cola. Das ist ein neuer jetzt. Okay. Nein. Wir sind schon wieder verfehlt. Scheiß Dreck. Darf nicht wahr sein. Aber jetzt ein Crit. Nein. Scheiße. Der rennt schon wieder weg. Verbandszeug. Sehr gut. Überreife Pfefferschote. Nicht so gut. Aber nehmen wir auch. Bis unten ist es lang. Ja. Das stimmt wohl. Ich weiß nicht, ob es zwischendurch Bosse gibt. Ich weiß nicht, ob dieser eine Typ da so ein Boss war, den wir da gesehen haben. Sah mir fast ein bisschen so aus. Als ob das ein Boss gewesen wäre. Noch eine Schlüsselkarte. Leer. Brot. Sehr gut. Leer. Das kann man nicht mitnehmen. Kleber. Milch. Okay. Können wir eigentlich unterwegs auch irgendwas? Wir könnten was zu essen machen, aber Käsesandwich wäre super, wenn wir mal Käse finden würden. Das wäre echt klasse. Das würde echt viel Hunger geben. Will ich hier was herstellen? Nee. Das kann ich alles nur oben herstellen. Nur Nahrung kann ich mir unterwegs herstellen. Das ist natürlich logisch, aber okay. Da haben wir einen kleinen Verbandskasten. Nehmen wir mal den kleinen Verbandskasten. Ah. Oh, hallo Banane. Wie viel hat es gekostet? Ich glaube 12, 13 Euro bei Gamesplanet. Die gespiegelte Kamera ist seltsam, weil ich wollte so, wenn ich zu euch gucke, ich wollte so in Richtung Spiel gucken, wenn ich in die Richtung gucke. Mutantenblut und Lumpen. Kabel. Ja, es hat geklappt. Sehr gut. Leer. Scheiße. Alles leer. Eine Erdbeere. Super. Ah, das hatten wir im ersten Run, die überreife Banane. Schade. Ich hätte jetzt gerne die überreife Banane geschenkt. Äh, gezeigt. Banane. Nein. Warum verfehlt der denn so oft? Nein. Nicht zweimal hintereinander. Alter Vater. Kannst du da nicht machen. Ah, der ist auch schon so gut. Nein. Der hat noch 2,1 Leben und der verfehlt. Alter. Kannst du da nicht machen. Oh, noch ein. Was mich stürbt. Ich erinnere mich nicht, was vor dem Desaster passiert. Aber ich erinnere mich, dass ich ihre Gesichter. Besonders meine kleinen Nicky. Sie hatte ihren Mathesexamen nächstes Monat. Damals war sie so schreckt. So schreckt. Enough. Ich erinnere mich, dass ich mich verrückt habe. Für jetzt bin ich nur meine miserabsten Kross. Er schützt die Ruhe und schützt sie von den Mutanten. Und erinnere mich, dass sie weitergehen. Hallöchen, Mardür! Willkommen bei den besten Followern der Welt! So, wir sind schon im Stoffwerk 79. Aber uns geht's nicht mehr ganz so prall. Da haben wir jetzt mal Kabel gefunden, die wir eben immer die ganze Zeit gebraucht haben. Dann können wir... Au, wir können einen Saft herstellen. 8 und 8 und zusammen 19. Ja, dann bauen wir den doch, den Saft. Den Werft. Lecker Werft. Und, äh, würde sagen, wir konsumieren die noch gleich. Und da so ein kleines Verbandszeug noch hinterher. Ja, Esprit hat, glaube ich, auch gesagt, du bist alles andere als überreif. Er hat dich sofort in Schutz genommen. Nein, da läuft er schon wieder weg! Herr Spastel. Metallteile leer, da oben steht ein Drucker auf dem Schrank. Warum auch immer. Oh, eine Münze. Ein Fisch aus dem Goldfischglas, natürlich. Und das ist leer, Scheiße. Komm, wir opfern jetzt bei den großen Verbandskasten. In der Hoffnung, dass wir bald nochmal einen finden werden. Boah, was ist denn hier passiert? Alter, was ist denn da passiert? Oh, what the fuck? Äh, ich glaube, wir haben so eine Art Bossfight. Oh, wir treffen mich. Und der macht einen neuen Schaden. Gut, dass wir gerade noch den auf den Dings genommen haben. Nein! Er verfehlt so oft. Moment, darf ich scheinbar zweimal eingreifen? Yes! Er ist down. Putzkolonne! Level up! Und das ist leer. Er hat keinen Loot! Er hat keinen Loot! Verdammte Scheiße! Genau, hol dir mal deinen Skyhift bei Gamesplanet ab. Das ist eine gute Idee. So, Präzision. Der Mob war Geschicklichkeit, ne? Und Ausweichchance. Das ist natürlich auch cool. Und Stärke. Nein, Mario. Sag sowas nicht. Wenn, dann sieht er mir ähnlich. Guck mal in die Cam. Schokolade! Und der ist schon wieder leer. Alkohol leer. Alkohol ist gut. Da kann man nämlich andere Sachen draus bauen. Eine überreife zieht Orange. Da haben wir eine Banane. Banane. Mit Doppel-N. Mit drei N Banane. Wusstest du, dass Banane mit drei N geschrieben wird? Banane. Ich wusste es nicht. Ich kann jetzt einen kleinen Verbandskasten nämlich herstellen jetzt. Das ist nicht verkehrt. Den werden wir auch direkt benutzen. Und beim nächsten funktionierenden Aufzug fahren wir mal wieder nach oben. Das müsste der hier dann sein. Oh, okay. Mutantenblut. Es hat geklappt. Sehr gut. Schauen wir uns noch um? Ja, wir schauen uns noch um, bevor wir nach oben fahren. What? Kann ich irgendwas tun? Da liegt einer tot rum. Ich klicke mal gerade ein bisschen wie wild, aber ich würde ja das Funkgerät mitnehmen. Wachmann sind wir gerade geworden. Leer. Scheiße. Okay, dann mal ab nach oben. Schauen wir mal, wo wir irgendwas bauen können. Können noch einen Mob bauen, aber das macht ja keinen Sinn. Kabel können wir nicht, aber wir können ein Isolierband. Das bauen wir mal. Wir könnten eine Klinge bauen. Draht können wir auch immer gebrauchen. Nägel. Wir können jetzt einen Hammer bauen oder ein Rohr. Ein bis acht Schaden, zwei bis elf Schaden. Wir haben gerade sieben bis neun Schaden. Ich würde da gerne die anderen, die anderen Waffen mal, äh... Na doch, hätte auch bei mir passieren können. Obwohl, bei Banane vielleicht nicht. Aber bei anderen Worten vertue ich mich auch mal gerne. Hm, was essen wir denn? Wir essen Fische. Wir essen Fische mit Pilzen. Wir können noch ein Kabel bauen aus Draht und Isolierband. Draht und Isolierband können wir auch nochmal bauen. So, Stock brauchen wir nicht. Zahnräder, falls wir die nochmal brauchen. Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Ja, ob ich Wasser dafür ausgeben will, weiß ich nicht. Okay. Dann, uh, oder bin ich zu weit gefahren, glaube ich. Jetzt müssen wir noch nach oben gehen zum Erforschen. Kritischer Treffer, sehr gut. Bin ich jetzt so weit nach unten gefahren? Wir kriegen Isolierband aus dem Dings, okay. Und Salat. Hm, ja, ja. Welche Stockwerke waren wir denn eben? Waren wir nicht in den 70ern schon? Scheinbar nicht. Ich hätte mir merken sollen, auf welchem Stockwerke ich losgefahren bin. Und das hätte... Oh, nee. Dieses Verfehlen geht mir auf die Eier. Das hätte hilfreich sein können, wenn ich mir das gemerkt hätte. Mehl. Ich will Käse für ein Käsebrot. Leer, leer. Ah, da waren wir, okay. Ich gebe nicht einfach auf. Natürlich nicht. Oh, verpeilt. Das war Salat. Möchtest du etwa Salat als Unkraut bezeichnen? Jetzt kommen die ganzen Vegetarier. Warte, ich habe was gehört. Nee, einer war nix. Teil eines Fotos. Der bisher einzige Überlebende einer Attacke des Serienmörders. Die Polizei befragt den Mann derzeit. Er überlebte wie durch ein Wunder den Mordversuch des Mechanikers. Bisher gibt es keinen öffentlichen Kommentar der Polizei, aber bisherige Informationen deuten darauf hin, dass der Täter unter Wahnvorstellung leidet, sowie einer starken Psychose, die schweren Realitätsverlust zur Folge hat. Leer. Ich glaube, es ist jetzt günstiger. Eins, zwei, drei. Ja, und so verbrauchen wir nur zwei. Das ist günstiger, mit dem Aufzug zu fahren. Oh, noch ein Handy. Und da haben wir noch eine Banane. Wer schreibt uns diesmal? Neue Message von Zeuge. Und so sprach er, wir werden uns im 66. Himmelreich treffen und du wirst in ursprünglicher Reinheit wiedergeboren werden. 14, zwei. What? 66. Stock, ja? Ja, Zahnräder! Yay! Gut, dass wir die gebaut haben. Noch ein Augenblick. The help never came. I wander through the streets day after day, occasionally glancing at the sky above, in hope to see an army helicopter or fighter jet or at least a balloon and there's nothing. Those who survive gathered on squares, painted enormous SOS signs on the ground, lit fires, only to become mutant Chao. Noise attracts them. I'd rather stay alone. Ich dachte, er ließ noch was länger. Metallteile, okay. Ah! Mario, bist du's? Da darf ich nicht zweimal angreifen. Noch jetzt. Äh, ich geh mal lieber. Hallo? Geh! 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 Ich kann nicht gehen. Oh Gott. Wir haben's geschafft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es gibt 30 EP. Toll. Und der hat ein Rohr. Super. Ich hab auch ein Rohr, ey. Jeden Morgen. So. Können wir was zu essen bauen? Wir können uns einen Salat bauen und einen Saft. Einen Werft. Hunger 13. Das hat 5. 5 und 6 und zusammen 11. Das sind 13. Okay, das ist besser. Und ein Saft aus 2 Bananen. Machen wir einen Bananen-Saft. Den machen wir auch. So. Und wir brauchen dringend was Verbandskastiges. Wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr für Health. Das ist scheiße. Da müssen wir dringend nach Hause. Nach oben. Dann fahren wir mal nach oben. Okay. Die Twitch-Ankündigungen müssten... Ja, die kommen auf YouTube und Facebook immer, ja. Das tun sie. Das tun sie. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwas bauen können. Als Verbandskasten. Ne. Das bringt uns auch alles im Moment nichts. Obwohl, Zahnräder können wir nochmal bauen. Kabel aus Draht. Wir haben aber nur ein Draht. Isolierband, Chemikalien, Stock. Brauchen wir alles gerade nicht. Okay, dann müssen wir das Kaffeebund 2. Toll. Erstmal noch den Salat. Die Schokolade. Und gehen schlafen. So, danach können wir wieder essen. Ich sah eine kleine, seltsame Kreatur in meinen Sachen wühlen, als ich aufwachte. Gott allein weiß, was er vor der Infektion war. Er bemerkte mich, quiekte und schoss auf den Ausgang zu, durch das dann verschwand. Als ich meinen Blick in meinen Rucksack warf, stellte ich fest, dass der kleine Wichser mir Zahnräder zernagt hat. Aus was waren bloß seine verdammten Zähne? Nein, sind wir keine Zahnräder mehr. Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Okay, wir essen Mehl. Mehl auf Brot. Und dazu noch Reis. Lecker. Mehl auf Brot mit Reis. Sind wir schon wieder zu weit gefahren. Aber nicht so weit zu weit, das ist gut. Wir haben eine Münze und kriegen abgelaufene Milch aus dem Automaten. Lecker. Mh, aber dafür hier noch eine Cola, das ist schön. Aus was komme ich? Aus MV? Nee. Aus NRW komme ich. Da rennt der weg. Da rennt der weg. Hab kein Kleingeld. Schade. Ah, das ist ein neuer. Das ist ein neuer. Ah, dieses Verfehlen geht mir auf die Eier. Ja, renn doch weg, weißt du? Renn doch weg. Das interessiert uns scheinbar nicht so. Leer. Antibiotika, sehr gut. Und Alkohol. Auch gut. Die Leiter brauchen wir nicht. Verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Okay. Leer. Scheiße. Ah, das ist einer von eben. Den hassen wir. Deswegen machen wir hoffentlich mit zwei Schlägen tot. Wunderbar. Und kriegen Mutantenblut. Ich weiß keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Lumpen. Hey, du Lumpen. Ja, ja. Auf YouTube kommt... Oh, schon wieder so ein... Danke, er hat verfehlt. Neue Message von Zeuge. Und als die bösen Geister niedergestreckt vor ihm lagen, durchquerte er das 62. Tor, das ihn zum Himmelreich führte. Und dort gab er sein Wertvollstes. 55, 12. Dass die keinen Lut geben, das regt mich auf. Das regt mich...